so können wir nämlich gleich zwei einsätze auf einmal abschließen ja markus machst du mal bitte beim fliegen die zigarette aus es braucht extrem irgendwo muss ja das gras hinkommen also kras komisches gras wir sind in bolivien gibt es so komisches gras ja 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 Du 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 duul Auch schon eine coole aussicht so so ganz gesund hört sich der fliegt das flugzeug auch nicht mehr zu sein hier so 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 wo sollen da die landebahn sein da wird es explodiert ok drehe ich noch mal eine runde und setzt noch mal im dunkeln ist das echt schiss ich hätte nicht gedacht dass der flugplatz da irgendwo mitten auf dem nügel ist naja warum soll es dir besser gehen als mir mit dieser komischen insel da darum ne das war zu tief das fliegt doch von der anderen seite an ich würde zwar jetzt was sagen aber ich glaube ich mache es nicht besser ich würde es nicht besser machen ich würde mal noch ein bisschen aussehen so ja das ist ja sicher also schön war es schön war es nicht aber es gelandet ja es gut gemacht doch und es wird hell guck so gut was haben wir dann als nächstes jetzt wieder ein story einsatz was fahren ist oder sich bewegen ist ja 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 das wird sind zwei sitze oder quatsch kann sich darauf setzen emisarius assistenten verhören der verkaufsgegen gerade na ja da will sich darunter ja dann kommt er nämlich nicht vorbei da können wir uns den weg schnappeln ich stelle ich mag wer muss ich ja noch mal das auto verzweifeln brauchen ja alles gut funktioniert hat nicht so wirklich funktioniert der hat einfach den heli weg gerammt auch als sehr sehr realistisch moment ist noch tot marcus haben zwei leute eigentlich verloren quasi weniger auf missionsgeschaltet oder wir können mit dem heli noch hinterher wollen wir wollen warum lasst ihr markus überliegen wahrscheinlich gestellt das war nicht fertig der hat mir das aber angezeigt ok ja egal scheiße ich bin verkackt scheiße hätten doch noch mal zu fahren müssen das ist das für die beste teil angezeigt dass ich den markus gerettet hatte ich dachte auch krank warum geht es hier weg und das ist nicht ich hatte nicht so schlimm passt schon so wir sind zwar nicht die beste aber wir sorgen für mit für die beste unterhaltung wir machen das gameplay mit unserem humor wieder weg wenn alles so vorklappen würde wäre auch langweilig ja alle drin klare beschirm und so also aufgetaucht ja also der tipp wird auf jeden fall noch die gegend sehr ekelig auf den klar auf den schießen jetzt alle kommt ich habe den granatwerfer schon aufgestattet keine artwerfer schwarze nicht weil wir den erfeuern müssen der erste soll der jeep ist weg der erste glaubt du bist oder habe ich gleich mit dem berg runter geschickt So, da ist es, der Hock da! Der Hock da! Hält er ne... Ja, der Hockt hier auf der Straße! Ach, da ist er! Steig erst mal ein, ey! Ich hab hier nicht gewählt! Ich hab noch gesagt, der Hockt da! Ich habe eine Familie! Ich habe zwei Jungen! Ich weiß einen, Mistikitos, Gustavo und Felipe! Ich habe Fotos! Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Fotos nicht sehen! Gib mir den Code, dann sind wir fertig! Ja, okay, ist eh so! Was ist los mit Ihnen? Hasten Sie Kinder oder was? Willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Gib mir den Scheiß-Code! Tu bueno! Er ist 654-375! Wirklich, ich schwere! Okay, wir haben den Code! Kommt in das Auto! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ich glaube, wir müssen ein anderes Auto nehmen können sollen. So, den Typen, der selber nicht mehr redet, habe ich mal kurz niedergeschlagen. Steigt nur ein! Oder wir nehmen das ja. Ich würde sagen, ich nehme mal das gepanzerte Ding hier! Oh, guck! Erstmal, Yvonne übern Haufen Fahrt, ist das kein Problem! Das war Absicht! So, alle da? Verdammte Scheiße! Oh Gott, ich fahre! Kameras mal wieder neu setzen! Kev fährt und die nahe Perspektive an dem Maschinengewehr macht das nicht gerade besser! Ja! Ja! Hopp! War was? Hey, sei mit dem Panzer eben auch sicher an der Mine angekommen, ja? Also was? Na ja, sicher würde ich jetzt nicht gerade unterstreichen! Ihr habt überlebt! Wir haben die Mission geschafft beim erstmal! Bis zur Mine haben wir ja! Ja, bis zur Mine haben wir! Ich habe gesagt, ich bringe mich sicher zur Mine! Ja, das ist halt auch nicht mehr mein Problem! Ich bringe mich immer nur sicher zum Missionsziel! Ja, Corinna! Gesundheit! Verzart! Na gut, in der Zeit kann ich noch mal kurz meinen Kaffee wegbringen, ne? Ähm... Also alles wie immer! Ich hab nicht was wieder umgeschlossen! Hey, so schlecht war ich auch nicht, dass es so lange dauert, ja? Okay! Das war nicht ich! Hast du das gerade gesehen? Der hat hier das Auto mit geschnallt! Entschuldigung! Ich hab uns schon gerade im Fluss liegen gesehen! Kann ich... Kann ich... Kann ich... Für sorgen! Weil das jemand will! Ich muss ehrlich sagen, ich höre noch was noch! Kannst du noch so leichte Lenkbewegung machen! Weil die Karre sonst komplett verrutscht! Ja, verrutscht! Füße stillhalten! Das ganze Dorf hat's! Warte mal! Da hoch! Wir sind noch nicht da! Und da sprichst du dich mal wieder raus! Das sind überall Gegnern, nur so als irgendwo, ne? Ja, und du bist die Schütze! Du kannst hier mit dem Ding dein Maschinengewehr aufräumen! Da runter, ne? Ja, und jetzt kommen die Uni dort! Prost Mahlzeit! Das ist mein erster Tod übrigens, und wir sind hier mittlerweile in Folge 3! Nur so nebenbei! Okay, aber die war nämlich mir die Schuld wirklich auf mich! Das mal war es nicht ganz klug gelöst! Da einfach reinzufahren! Ja, ja! Hey, Mann, ich versuche dich jetzt zu lernen! Scheiße! Ich hab keine Orangesoft mehr! Ja, das mal war es meine Schuld! Und das gebe ich auch so zu! So, dann fangen wir mal wieder rüber! Ja! 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 Wie cold! Kann das sein, dass schon wieder jemand nicht in der Party ist? Wieso? Ja, ja! Weil gerade der Name bei mir im Spielchat aufgetaucht war! Vielleicht ist das uns wieder geflogen, wir haben es nicht mitbekommen, wo war das eigentlich? Nee, das war der andere Name. Oh, die ist komplett geflogen. Verstanden. Sie ist komplett geflogen gerade. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Das war ein kompletter Disconnect. Zieht euch mal da ein bisschen zu ruhig, wenn es möglich ist, dass wir hier mal kurz eben sammeln wieder können. Okay. Dann muss ich hier gerade mal kurz wirklich einen kleinen, unfreiwilligen Break machen. Die wollte ich etwas später machen eigentlich. So. Granate fliegt. Jetzt kriege ich dich jetzt irgendwie nachgedäunt. Ja. Also ich kann versuchen nachzujonen, ne? Granate fliegt. Nehmt das ihr Säcke. Der Vorrat ist erledigt. Also weiter. Gesundheit. Danke. Corinna. Oh, Corinna. Ich lade sie mal wieder an die Party ein. Warte. In der Party ist sie schon. Achso. ich lebe so! Ich lebe aber… Einmal wieder nicht. Ich lade das nichts mehr. Ich lebe nur! Ich lebe nur. ja warte hat dafür ich weiß dass sie jetzt sagen kann ich kann auch nur spieler vorschlagen also ich kann nichts machen mit der party ja dafür beschrieben wird geflogen ist die frage ist in der party ist hier irgendwie anscheinend ja 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 aber da ist irgendwie daneben in ihrem mikrofon ich denke mal wahrscheinlich weil sie die spielsched ist und nicht scheiße tot ich habe ein paar weg jetzt geholt noch schnell aber der eine der war dann doch zu viel die party wir sind alle tot ja ja neuer versuch habe ich ja dann nächste folge setzte die teil noch mal ran und dann versuchen wir es mal auf die reihe zu kriegen gerade so jetzt blinkt ihr mikrofon gerade das bliegt die ganze zeit ich war mal kurz zu nehmen mit dem chat ich kann sie auch nicht noch mal einladen weil sie ja so gesehen noch drin ist so jetzt bricht er mal hier ab gerade kurz